Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Monkey Dwarfi und wir sind unterwegs in der Matilda. Wir spielen auf der Karte Steppen. Und da wir keine Heavies haben, war ich auf die 1er 2er Linie. Ich bin Monkey Dwarf. Ich bin Monkey Dwarf. So, da haben wir einen Hetzer gefunden. Und ein Quattro 3J. Und ein Gehirn in der Region. Und wir treffen erst, wenn wir uns helfen. Und wir setzen. Und vielleicht hast du noch einen Weg. Die A20. Die A20. Die A20. Die A20. Die A20. Kanzel Medium Unterkopf war STVZ-Bine-30 Unterkopf mit dem Team draußen hier Unterkopf mit der Kühle STVZ-Bine-30 Unterkopf mit dem Pin Prozent Prozent auch Prozent Prozent und Matilda schießt mit HE. Was ist denn Matilda? Was setzt? Keine Ahnung. Lässt sich einfach abrufen. Dann kann man den rausnehmen. Dann kann man auch den STVZ-39 rausnehmen. Jetzt haben wir noch den Matilda als Gegner. Das T6 Medium stehren. Ich habe das Bild auch weg. Ich habe heute den T6 Medium. Hier steht es auf 12 zu 3. Wir haben 5 Kills. Ich versuche zur anderen Seite zu kommen. Ich kann nicht auf uns beide Gleichzeit schießen. Dann haben wir die Runde gewonnen. Und wir gucken uns noch das Gefechtsergebnis an. So, die Runde auf Steppen war ein Panzerass. Wir waren bombensicher, Duellant, Wirkungsfeuer, Schläger. Wir haben Großkaliber gemacht. 8 Stahlwand und Krieger für die 6 Kills. Wir haben mit unserem 238 Schaden Top Schaden gemacht. Und 1108 Spaßerfahrung. Der zweitmeiste Schaden hatte der STVZ-39 mit 960 Schaden gemacht. Also haben wir einen großen Teil dabei beigetragen, dass wir die Runde gewonnen haben. Insgesamt habe ich 63 mal geschossen, 52 mal getroffen, 46 mal penetriert. Das Gefecht ging 5 Minuten und 34 Sekunden. Und wir haben 31.736 Grad Plus gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.